So, da sind wir auch schon wieder, zurück bei Depression Quest, in Folge 3. Wir haben das letzte Mal ein Eingebot bekommen, eine Katze aufzunehmen. Und, ähm, ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. So ein bisschen, damit die Wohnung nicht ganz so leer ist und wir uns nicht ganz so einsam fühlen müssen. Wir machen das mal. Du akzeptierst das Angebot mit dem Kätzchen und liegst kurze Zeit später auf. Nachdem du, ähm, alles arrangiert hast, wenn der Mitarbeiter, also Sam, ähm, wann er dir das Kätzchen bringen kann heute Nacht. Nachdem du aufgelegt hast, ähm, sorgst du dich auf einmal, ob du diese ganze Verantwortung überhaupt, ähm, ob du diese ganze Verantwortung überhaupt, ähm, wahrnehmen kannst und hoffst, dass, ähm, du das kleine Tier nicht dafür leiden lässt. Du bist nicht so wirklich, äh, sicher, was dich erwartet und, ähm, und, ähm, du suchst den Rest des Nachmittags danach nach einer, ähm, Kat-Care, 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 wie kann man das übersetzen, Katzen-Aufpass-Statsung online oder so, nach, 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 nach Katzen-Zeug, nach Katzen-Aufpass-Dings. Ähm, und denkst darüber nach, was für einen Namen du dir geben könntest. Entschuldigt, ich komm grad irgendwie nicht auf das Wort, wenn man dieses Kat-Care ordentlich übersetzen kann, deswegen Katzen-Aufpass-Zeug-Dings. Ähm, der Abend kommt herbei und du hörst jemanden an der Tür klopfen. Ähm, das reißt dich raus, so raus, wie du auf Wikipedia einen Artikel viel zu extrem gelesen hast. Also, du nimmst Position, also, du stellst dir vor, nee, Moment. Du nimmst also ein kleines, schwarz-weißes Kätzchen in einem, ähm, in einer, in einem, in einem Tragebehälter zusammen mit allem, was du brauchst, um dich um die Katze zu sorgen. Du nimmst sie mit in dein Schlafzimmer, schließt die Tür und öffnest die Tür, um sie, ähm, um sie, pfff, herauszutragen. Nein, und du öffnest die Tür von dem Behälter, total aufgerutscht. Sie kauert sich in den hinteren Teil von dem Ding, äh, und du gehst zurück. Du fühlst dich etwas, ähm, ne, du fühlst dich etwas geschlagen und du erinnerst dich, was, ähm, du rausgesucht hast, wie du eine Katze, ein Kätzchen in einem neuen Zuhause grüßen sollst. Du lässt sie also allein und, äh, gehst wieder an deinen Computer und hoffnungsvoll guckst du über deine Schulter, ob du sie schon rauskommen siehst. Sie versteckt sich weiterhin in dem, in dem Behälter, macht immer mal wieder so kleine Maunce-Geräusche, lang genug, um, dass du dir anfängst, Sorgen zu machen, dass sie dich, äh, dass sie dich gar nicht mag. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du ins Bett gehst, wickelt sie sich an deine Füße und betrachtet dich sehr nervös, bevor sie einschläft. An den nächsten paar Tagen, äh, gewinnst du ihr Vertrauen und sie beginnt, dir zu folgen. Dir überall hin zu folgen. Schläft auf dir und... Oft, ähm, auf die Zeit, wo du dich hinsetzt und, äh, und ein bisschen Arbeit machst. Ob das so eine gute Entscheidung war, wir werden es sehen. Es ist ein später Freitagabend. Ähm... Quitting-Tang? Und... Feierabend. Ach, Feierabend, klar. Ist, äh, schon bald da. Ein schöner, klarer Tag ist dabei, in den Abend hineinzugehen. Du kannst deine Mitarbeiter überall um dich herum sehr engagiert Pläne machen für ihre Abende und Wochenenden. Und du siehst einfach in die Zukunft und freust dich da drauf. Naja, Freuen ist übertrieben, aber du bist... Du guckst einfach da drauf, dass du nach Hause gehen kannst und ein bisschen schlafen kannst. Nach dem, was... Nach einer... Nach dem, was... dich als eine sehr lange und schwierige Arbeitswoche herausgestellt hat. Und gerade kurz bevor deine, ähm... Schicht endet, kriegst du einen Anruf von Alex. Ähm... Es scheint, eine Gruppe von deinen... Mütchen... angehenden Freunden oder so ähm... Gehen in ein Pub in der Nähe und... für... für... ein Dinner und... also für Abendessen und Getränke um das Ende der Woche zu feiern. Und... sie wollen jetzt wissen, ob du... auch du mitgehst. Ähm... Du sagst ihnen, dass du emotional fertig bist von der Arbeit und du... und so sozialer Umgang wie das würde dir jetzt einfach zu viel aus dem Tag herausnehmen. Du... gibst dem Mut, eine gute Zeit zu haben. Aber... weil... weil du weißt, dass es schon eine Weile her ist, dass sie mit ihren Freunden ausgegangen ist. Aber du fühlst dich etwas schlecht, weil du nicht... weil du weißt, dass sie nicht mit... äh... weil sie nicht ähm... ohne dich rausgehen wird. Ein paar Stunden später... findet ihr beide euch in einer sehr familiären Position. Auf der Couch... ihr guckt ein paar Comedy-Shows auf Netflix. Eine Pizzaschachtel und ein Kaffee stehen auf dem Tisch vor euch. Nein, Moment. Eine offene Schachtel Pizza steht auf dem Kaffeetisch vor euch. und du guckst über die Couch auf sie und du fühlst dich ängstlich? Ängstlich? Wie viel bad about... also du fühlst dich schlecht über ähm... darüber, dass ihr beide... dass du sie dazu gezwungen hast, in Anführungszeichen. ähm... euch beide... zu Hause zu bleiben. Schon wieder. Du... bist eigentlich immer... Du nimmst eigentlich sonst immer Interesse auf das, was dein Partner gerne macht und äh... nimmst die Gefühle mit... mit ein und... sorgst dich eigentlich dafür, dass du sozial komfortabel bist. Ähm... Du sorgst dich darum, dass du sie eventuell zurückhältst von einer mehr Freuden behafteten und mehr... verfüllenden Beziehung. Sie scheint, äh... aber sie scheint doch die Zeit mit ihr zu genießen. Ihr beide sitzt sehr komfortabel, fast schon... ähm... kuschelnd. Und... stimmst du... dieses contented silence. Ein Schweigen beim Schauen alter Sendung, die ihr schon zwei, drei Mal gesehen habt. Da eine immer weiter steigende Angst um eure Beziehung... äh... dass eure Beziehung ein einseitiges Gewicht bekommt, geht mehr und mehr schwer auf dich zu. Entschuldige, ich muss mal eben kurz einen Schutt trinken. Du fühlst dich mehr und mehr wie eine Bürde oder ein Problem für sie. Und es ist fast unmöglich für dich nicht zu sehen, wie stark wie stark du also wie stark du sie einschränkst. Das ist jetzt nicht Wort für Wort, sondern eher freie Übersetzung. Schlimmer noch, diese nagende Angst hatte ich hatte ich mir auch wie heißt das noch? Hatte ich mehr und mehr Angst, hatte ich mehr und mehr ängstlich vor dir selber gemacht. Die Gefühle sind immer weiter ins Innere gekehrt und du hast angefangen, dich immer weiter von Alex wegzuziehen. Interessant jetzt auch, wir haben noch eine Ausragmöglichkeit von vier. Durchgestrichen ist, you know, despite the bad times, your girlfriend sincerely loves you. Relationships are a two-way street and you resolve to always be there for her like she's been for you. Ja, erste Antwort im Prinzip, wir wissen, es gibt schlechte Zeiten, aber meine Freundin liebt, deine Freundin liebt dich. Beziehungen sind von zwei Personen geführt und du kannst dich immer an sie wenden, weil sie ist für dich da. Zweite Antwort ist, du erzählst Alex, wie wichtig sie ist für dich und ja, genießt den Abend. Und die dritte wäre gewesen, frage Alex, ob sie wirklich glücklich ist mit der Beziehung. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, wir sagen gar nichts. Wir sind mittlerweile sehr besorgt darum. Mittlerweile sehr besorgt um sie, ob sie nicht sind. wütend auf uns ist. Das ist weit vom ersten Mal, als sie eine Konversation dieser Art hat. Und es ist eine, die sich jedes Mal gleich ausspielt. du erklärst deine Ängste von dass du nichts wert wärst. Sie versucht dir zu sagen, dass du es nicht bist. Du bestehst aber darauf, dass sie bloß nett zu dir ist, weil sie deine Freundin ist und sie geht und sie wird frustriert. Es wird nie besser. Nichts Neues ist jemals gesagt und das Problem löst sich auch nicht. sie versucht, das Thema zu brechen. Versucht herauszufinden, warum du so fühlst über dich selbst. Das macht dich immer sehr nervös und manchmal bist du überzeugt, dass sie der einzige Grund, dass sie noch bei dir ist, der Grund ist, dass sie nicht weiß, wie schlimm du eigentlich bist. Als Zeit vergangen ist, mit mit der Zeit bist du mehr und mehr komfortabel damit geworden, mehr und mehr damit klargekommen, Teile deiner Gefühlszeit zu erklären dir gegenüber. Aber es fühlt sich immer noch sehr gerichtend an und es ist keine es ist kein Gespräch was du zu lange führen kannst, ohne dich zu sagen, dass du sie eventuell verschreckst. Das Gericht des unausgesprochenen, ungelösten Problems in eurer Beziehung. verfolgt dich auch mit in den Ruhen mit in den Raum für eine gewisse Zeit, aber du packst die Wahrheit nicht auf für den Rest von der Nacht. Sehr merkwürdige Mittelfe. Es ist ein windiger Sonntagnachmittag. Du hast Männer einer alten Freundin von der Schule die in der Stadt für ein Wochenende ist. dich zu überreden in dein Haus dich zu überreden das Haus zu verlassen und einen Kaffee und ein bisschen was zu quatschen um einen Kaffee zu trinken und ein bisschen was zu quatschen. Ihr trefft euch in einem kleinen Kaffee und redet darüber wie ihr so miteinander klargekommen seid oder wie das Leben nicht wie mit so Ihr trefft euch in einem kleinen Kaffee und redet darüber wie ihr wie ihr wie ihr wart und was so passiert ist seit man den letzten seit man den anderen das letzte Mal gesehen hat. Du kannst nicht helfen aber du fühlst du fühlst dich ein bisschen mehr du fühlst dich viel mehr verstanden und interessiert als wenn wenn du dem lauscht was sie erzählt was sie erzählen über ihr Leben nach der Schule wenn du als 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 du dran bist ihnen zu erzählen welche Aktivitäten du so machst und was du sonst was du so machst fühlst du dich ängstlich und bist voller Scham gibst eine sehr abgespeckte Version du versuchst über einen Job so wenig wie möglich zu reden du fühlst dich unglaublich langweilig während du es erzählst und ihrem Gesichtsausdruck nachzuurteilen hat sie auch nicht so besonderes Interesse in dich oder in deinem Leben Männer kennt dich aber lang genug um deine Stimmung und um an deiner Stimmung und an deiner Stimme zu erkennen um deine Stimmung anhand deine Stimmung anhand deiner Stimme zu erkennen sie ähm lehnt sie nach vorne und fragt eine Frage während sie ganz leicht deine Hand berührt und fragt was ist los beziehungsweise ja eigentlich was los ich glaube wir nehmen wahr dass unsere Hände anfangen zu wackeln das ist eine kleine Frage aber es fühlt sich so an als ob sie die ganze Welt bedeuten könnte du bist überrascht von dir selbst als du erkennst dass deine sehr eng gepackten Fäuste nun beginnen leicht zu wackeln ähm auch gegen deine besten Kräfte fühlst du Tränen in deinen Augen aufsteigen du versuchst das zu vertuschen indem du deinen Kopf nach oben reißt und betest dass sie nicht dass sie zurückgehen sie vermutet dass ähm ihr beide raus geht und du fühlst dich fast tot sie bietet ihr an ähm mit in dein Apartment zurückzukehren ähm ähm aber die aber ihr beide hört auf zu reden in ihrem Auto für zwei Stunden als die Worte sehr spärlich von dir kommen Amanda scheint sich unsicher zu sagen was sie dazu sagen soll aber sie hört ihr zu reibt ihr über deinen Rücken als du weinst und sprichst sie fragt ob ich damit ob ob du damit zu einem Soktor gegangen bist und du musst dir eingestehen das bist du nicht sie erwähnt dass ihre Mutter einen sehr guten Physiotherapeuten in der Stadt kennt und bietet ihr an mit ihr darüber zu sprechen und bietet ihr an sie darüber zu fragen du bist nicht besorgt über die Frage du hast keine Angst davor vor der Idee zum Therapeuten zu gehen du bist deutlich weniger auch du hast auch deutlich weniger Angst davor dass Amanda jemand anderem über diese Probleme erzählen könnte aber sie erzählt ihr dass sie den E-mail schreiben wird mit den Kontaktinformationen für den Doktor später in der Woche tut mir leid wenn ich auch mittlerweile zwischendrin noch mal ein bisschen schlocke Punkt A es ist sehr schwierig den Text so zu übersetzen und das Thema setzt schon sehr zu das muss man auf jeden Fall sagen deswegen werde ich jetzt auch unsere Folge hier beenden und wir schauen das nächste Mal wie es weitergeht ich hoffe wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder bis dann tschüss